Das sind tolle Menschen, das ist eine tolle Gegend. Kumpel, Maloche, Freunde, Ehrlichkeit. Und dazu eine große Fresse. Wir hatten jeden Abend Abendrot. Das war zwar nicht die Sonne, das waren die Hochöfen, aber es hatte schon was. Man kommt nie dahinter, was das eigentlich hier alles ist. Das könnte auch Detroit sein. Ich liebe das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist eigentlich das Amerika von Deutschland. Und welcher Fotograf hätte nicht Lust, das zu fotografieren? Das Ruhrgebiet.